Großbuchbinderei Wennberg, industriell Buchbinden seit 1861. Unser Anspruch zu den größten und modernsten Buchbindereien Europas zu gehören ist hoch. Deshalb haben wir eine technische Ausstattung geschaffen, die sich optimal auf die unterschiedlichen Produktgruppen und Anforderungen anpassen lässt. Und das bei hohen Auflagen. Wir binden 150 Millionen Kataloge im Jahr, bis zu 15.000 Exemplare pro Stunde und Maschine. Mit 150 Mitarbeitern verarbeiten wir bis zu 500 Tonnen Papier am Tag zu Katalogen, Zeitschriften und Telefonbüchern. Wir genießen das Vertrauen der Marktführer in unterschiedlichen Branchen. So sind wir für Druckereien, Versandhandel und Verlage ein idealer Partner bei der Katalogproduktion in nahezu allen Formaten, im Bereich der mittleren bis größeren Auflagen. Innerhalb eines Werkes decken wir mit sechs Klebebindern und fünf verschiedenen Maschinentypen die ganze Bandbreite der Klebebindung ab. Auch ungewöhnliche Anforderungen sehen wir nicht als Problem, sondern als spannende Herausforderungen. Zum Beispiel das Aufspenden eines Teebeutels genau auf die vorgedruckte Position. Natürlich bei voller Laufgeschwindigkeit. Mit kameragesteuerter Technik können Inhalte und oder Umschläge mit Inkjet-Beschriftung personalisiert werden. Zudem verfügen wir über die industriellen Möglichkeiten der speziellen Zeitschriftenetikettierung. Unser hohes Qualitätsniveau ist verbindlich, denn die laufende Prüfung vermeidet Fehler und spart die Kosten der Nachbesserungen. Deshalb geben wir unseren Mitarbeitern ausreichend Zeit zur Prüfung und die technische Ausstattung dazu. Auch bei der Logistik packen wir präzise und pünktlich zu. Von der Anlieferung bis zur Auslieferung übernehmen wir für jeden Schritt in der Prozesskette proaktiv die Verantwortung. Als High-Performance-Partner der Deutschen Post haben wir die Post im Haus. Auf diese Weise können die Portokosten beim Versand spürbar optimiert werden und die Durchlaufzeiten reduziert werden. Ausbildung ist uns besonders wichtig. Die Großbuchbinderei Wennberg bildet in der Technik und Verwaltung fünf verschiedene Berufsbilder aus. Neben den Bewerbern von außen sprechen wir jedes Jahr auch einfache Mitarbeiter mit Entwicklungspotenzial aus den eigenen Reihen an, um sie für eine Ausbildung zu motivieren. Ebenfalls unterstützen wir berufsbegleitende Studiengänge für Mitarbeiter. Unser Anspruch ist eine Auszubildendenquote von 10%. Das Engagement unserer Mitarbeiter wurde schon mehrfach mit dem Innovationspreis der deutschen Druckindustrie ausgezeichnet. Wir gehen umweltbewusst mit unseren Ressourcen um. Es ist uns wichtig, möglichst alle im Produktionsprozess entstehenden Reststoffe zu recyceln. Aus den Holzabfällen der Einwegpaletten, die wir früher entsorgen mussten, gewinnen wir heute Wärme. Gerne geben wir unsere Energie auch an die Region weiter. So können wir umliegende Werke CO2-neutral mit Energie versorgen. Die Investition in moderne Technologien zum Wohle der Kunden hat bei der Großbuchbinderei Wennberg Tradition. Das Unternehmen wurde 1861 durch Hermann Wennberg gegründet, getragen vom Geist der technischen Weiterentwicklung und Expansion. Seit über 150 Jahren verbindet die Familie Wennberg die klassischen Werte der Buchbinderkunst mit industriellem Denken und Handeln. So fügen wir seit Generationen das Ganze zu mehr als die Summe seiner Teile. An unserem Standort in Pfeilingen sorgen wir im Verborgenen dafür, dass unsere Partner mit ihren Druckerzeugnissen groß auffallen. In der Gruppe sind wir sogar noch stärker. Zu unserem Firmenverbund gehören Concella in Pfarrkirchen, der Spezialist für die Herstellung von fadengehefteten Soft- und Hardcovern, die Münchner Industriebuchbinderei als Katalog- und Zeitschriftenspezialist und die Firma Wünsch als Fals- und Mailingspezialist. Großbuchbinderei Wennberg Industriellbuchbinden seit 1861